. . . Das war's für heute. Es gibt viele Fähigkeiten, die bei den Taksien sind, sie müssen auch viele Fähigkeiten haben. Es gibt viele Fähigkeiten zu testen. Also, die Indien, die Kunden oder die Personnel Fahrer oder die Taksien sind, die alle wichtigsten sind, ist, dass die Tire hoch ist und die Tire in den Road-Conditionen werden nicht so schlecht. Wir haben heute eine neue Brickstone Sturdo-Tire genannt. und der Produkte von heute ist, wird es mehr als 29% weitergegeben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für die Indian-Kustomer. Wenn die Leute in Indien sehen, sind die Räume in Indien sehr verletzt. Wenn die Räume in Indien sind, wird es nicht mehr verletzt. Wenn es in Indien gibt, wird es nicht mehr verletzt. Das ist ein guter Punkt, dass die Räume in Indien immer wieder in Indien werden. Das ist die Räume, aber auch wenn es in einem Ort ist, wenn es die Räume ist, dann kann es die Räume nicht mehr verletzten. Wir haben die Räume nicht mehr verletzten, sondern die Räume nicht mehr verletzten. Das kann auch 29% mehr verletzten. Was ist die Räume für die Räume? Das ist die Räume für die Räume für die Hedback und Sedan. Das ist die Räume nicht mehr auf-road, sondern auch für die Räume. Es ist eine spezielle Runde, die in der SUV ist eine spezielle Runde, die in der SUV ist. Wenn jemand einen Runde mit einem Runde mit einer Runde ist, dann wird es gut. und ist noch nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass die Produkte von der Markets in der Markt in der Markt kommt, die der Preis wird in der Distanz zu 29% erhöhen, aber das ist die Preis viel zu dem Riesen.